Die Prominenten steigen ja in der Regel Karriereleitern durch. Das machen sie heute natürlich auch, allerdings geht es musikalisch auch noch ein bisschen Stegel ab. Sie schauen Glanz und Gloria am Donnerstag. Guten Abend. Wir haben es gerade gehört, Stegel auf, Stegel ab oder auch nach dem Regen scheint die Sonne. Das sind alles Stücke, die zum Schweizer Kulturgut gehören. Geschrieben hat sie Arthur Boyle und er wäre am 9. Dezember 100 Jahre alt geworden. Der perfekte Grund, so in Zürcher Bernhard Theater seine schönsten Lieder wieder aufzuleben zu lassen. In Vergessenheit geraten ist der Blick zwar nett, aber man hat schon eine Zeit nicht mehr viel von ihm gehört. Clara ist in der Zwischenzeit auch Papa geworden. Und genau in dieser Rolle hat er sich jetzt zum ersten Mal richtig gezeigt. Mit einem seltenen Einblick in sein Privatleben. Das sind die News von heute. Das für ein Wirrwarr. Eine Frau von zwei ist der Fürst Dennis Asserina Williams. Um einen Dieb zu fangen, der ihr in einem Restaurant das Handy geklaut hat, hat sie Superwoman-mässig die Verfolgungsjagd aufgenommen. Die ganze Räubergeschichte und ob sein Handy jetzt wieder hat, erfahren Sie auf unserer Webseite. Freude über Zuwachs hat auch Bastian Baker. Und nein, bevor jetzt seine weiblichen Fans kollektiv aufschreien, er ist nicht Papi geworden. Bei ihm handelt es sich um ein neues Album. Ein Überflieger ist er ja eh schon. Fünfmal hat er das Swiss Music Award gewonnen, zweimal den Privalo, dann ein MTV European Music Award und mehrmals Platin. Eine steile Karriere mit erst 24. Sein dritten Album hat er jetzt in Lausanne getauft. Apropos erfolgreiche und gutaussehende Männer. Solche haben wir auch morgen in der Sendung. Dann wollen wir mit den GQ Männer des Jahres Award verlieren. Wer war es wie und wo, das zeigen wir Ihnen dann. Ich wünsche einen erholsamen Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal!